Hier präsentieren wir die 5 beste Motorrad-Navigationsgerät-Test. Lass uns anfangen! Liste zu Start Nummer 5. Garmin ZUMO 395 LM EU-Motorrad-Navigationsgerät Mit dem Garmin ZUMO 395 LM steht Ihnen ein robustes Fahrrad-Navigationssystem mit einem Instinct-Even-Bedien-Konzept und einem 4,3 Zoll abweisenden Touchscreen zur Verfügung. Dies ist selbst bei strahlendem Sonnenschein äußerst einfach zu überprüfen und mit Handschutzhüllen einfach zu handhaben. Es bietet zuverlässige Navigationsfunktionen sowie lebenslange Kartenaktualisierungen für Europa 46 Länder. Mit dem ZUMO fahren Sie dank eines Sicherheitsplans mit Radfahrer-Warnhinweisen ebenfalls sicherer. Es warnt Ihr Navigationsgerät vor scharfen Abbiegungen, informiert Sie über Änderungen der Geschwindigkeit oder des Bahnübergangs, informiert Sie zusätzlich über Ampel und Ampel und Rät Ihnen, Pausen einzulegen, sobald Sie in einem Zug so schnell wie möglich fahren oder wenn es Zeit zum Tanken ist. Garmin Real Instructions, Lane Assistant oder 3D Junction-Site unterstützen ebenfalls. Nummer 4. ELEBAS RIDER A5 Navigationsgerät Motorrad Mit einem Gewicht von nur 236 Gramm ist das zuverlässige ELEBAS RIDER A5 Navigationsgerät ein außergewöhnliches Werkzeug, um Tag und Nacht optimal zu fahren. Es verfügt über aktuelle Karten sowie ein Radar-Warnsystem. Die 3D-Kartenansicht ist äußerst hilfreich. Sie erhalten es zusätzlich mit einem Ladegerät und einem USB-Kabel. Das ELEBAS KUGLIST A5 Navigationsgerät unterstützt Bluetooth und ist wirklich einfach zu bedienen. Das 5 Zoll Display ist mit einem Touch-Display ausgestattet. Die innere Generalpraktitioner Antenne ist platzsparend und zudem sicher untergebracht. Auf diesem System sind zahlreiche Ladealternativen verfügbar. Mit dem wunderbar gefertigten ELEBAS BKA A5 Navigationsgerät erhalten Sie ein Tool, das Ihre Route in klarer deutscher Sprache überträgt. Für mehr Informationen, überprüfen Sie die Beschreibung unter dem Video. Halbzeit unserer Liste Nummer 3. Garmin ZMO 346 LMTS wie Motorrad-Navigationsgerät Der ZMO 346 wechselt sowohl für Sie als auch für Ihre Freunde in die Reise. Das robuste 4,3 Zoll Navigationsgerät für Motorräder kann kurvige und abendeuerliche Routen erstellen, GPX-Dateien importieren oder drahtlos für Gruppenreisen mit anderen Teilen und über den Weblink des Smart Device Hinweise und Tipps anzeigen. Mit integriertem WLAN für direkte Updates sowie Bluetooth zur Steuerung des Songplayers direkt im Navigationsdisplay. Hinzu kommen Echtzeitdienste wie Details zum Internetverkehr und zur Wetterlage, Freisprechanrufe, Live-Track, automatischer Pannenalarm, Track-Back, Round-Trip-Übertragung, Fahrerinformationen zu Hirschen, Gradüberschreitungen, College-Zonen, Radarkontrollen und sogar mehr. Nummer 2. Garmin ZMO 396 LMTS All Motorcycle Navigation Device Das robuste Fahrrad-Navigationswerkzeug ZMO 396 LMTS All macht monotone Touren zu interessanten Abenteuern. Mit Garmin Adventurus Routing können Sie Ihre Routenauswahl eingeben, um kurvenreiches, bergiges oder abwechslungsreiches Geländer zu trainieren. Erstellen Sie Ihre ganz eigenen landschaftlichen Touren, teilen Sie sie mit Freunden und verfolgen Sie Ihre Position mithilfe der Live-Track-Funktion in Echtzeit. Neben tollen Kursen und Gruppenfunktionen bietet der ZMO auch perfekte Sicherheit dank unabhängig flexibler Fahrzeugführerangaben, Fahrspurhilfe mit Sprachansage und automatisierter Unfallmeldung. Das Fahrrad-Navigationssystem verfügt über eine gründliche, vorinstallierte Europa-Karte, verschiedene Sonderziele POIS sowie Trip-Advisor-Bewertungen zu Restaurants, Resorts und Reisezielen. Und die Nummer 1 unserer Liste. TomTom Rider 500 Motorcycle Navigationssystem. Von kurvenreichen Küstenstraßen bis hin zu atemberaubenden Anstiegen. Mit TomTom Roadtrips finden Sie mit Sicherheit Ihre ausgezeichnete landschaftliche Tour. Dank der Verkehrsinformationen von TomTom in Echtzeit können unsere Gerätepfade auf der Grundlage des Verkehrsszenarios intelligent planen, auch wenn Sie unterwegs sind. Radarkamerawarnungen, über 113 Millionen Sehenswürdigkeiten sowie 330 Millionen Adressfaktoren ermöglichen die kostenlose Nachrichtensuche und Bereitstellung von Informationen zu Parkplätzen sowie vieles mehr. Als führender Anbieter von dynamischen Karten decken wir mehr als 180 Länder mit über 555 Millionen Kilometern zufriedenstellender Straßen ab. Für mehr Informationen, überprüfen Sie die Beschreibung unter dem Video.